Kapitel 6 Das Babyzimmer befand sich direkt neben der Küche. Verwundert, dass kein Gestalt zu vernehmen war, ließ er Potter den Vortritt, und dieser ging zielstrebig auf das letzte der vier Bettchen zu, nachdem er an das erste belegte Bettchen einen kurzen Blick geworfen hatte. Nach einem genaueren Blick erkannte Draco, dass nur zwei Betten belegt waren. Draco wunderte sich ein wenig, denn Potter hatte von vier Babys geredet, die er untergebracht wären. Aber eigentlich konnte es ihm egal sein. Zögerlich folgte er Potter, und nach dessen kurzen Zauberstab bedeln hörte Draco lautes Weinen. Ein Stillzauber sorgte dafür, dass die anderen Babys ungestört blieben. Ziemlich clever. Unsicher, was er tun sollte, ging Draco noch näher und beobachtete Potter, der sich über das Bettchen beugte, leise auf den Säugling einsprach und ihn dann heraushob. Es war seine Tochter, wie er unschwer an dem blonden Pflaum erkennen konnte, ganz zu schweigen von seinen Gesichtszügen, die er jetzt schon erkennen konnte. »Setz dich!«, wies Potter ihn an, und Draco ließ sich auf einen der Vielstühle nieder, die ebenso wie seine kleinen Tische an der Wand standen. Die zwei Flaschen stellte er vor sich auf den Tisch ab. Hoffentlich machte er alles richtig. Schließlich sollte und wollte er Catherine alleine füttern. Das war das letzte Mal ja ganz gut gegangen. Viel falsch zu machen gab es da bestimmt nicht, außer er ließ das Baby fallen oder die Flasche oder er musste niesen und dabei ließ er das Baby fallen, plus die hundert anderen Arten, wie er dem Kind etwas antun könnte. »Denk daran, ihren Kopf zu stützen«, fing Potter an zu erklären. »Das ist wichtig, sie kann ihn noch nicht alleine halten, da die Muskulatur noch nicht ausgebildet ist.« Vorsichtig legte Potter Catherine in seine Arme. Kam es ihm nur so vor? Oder war ihr Weinen in diesem Moment lauter geworden? Draco nahm sich eine Flasche vom Tisch und versuchte unbeholfen Catherine, den Sauger in den Mund zu stecken, doch das Baby weinte weiter und drehte den Kopf weg. »Drück ein wenig Milch in ihren Mund, indem du leicht Druck auf den Sauger ausübst, sobald er es in den Mund ist.« Im Fall Potter. »Sie hat Hunger, doch sie spürt, dass du unsicher bist. Babys sind da sehr feinfühlig. Das überträgt sich auch auf sie. Also versuch dich ein wenig zu entspannen, dann hört sie auch auf, so laut zu weinen. Außerdem bist du ihr fremd. Hat Herr sich das wirklich nicht eingebildet? Na dann. Zähne zusammenbeißen und durch. Potters Trick zeigte Erfolg. Und Catherine saugte ein paar Mal, verschluckte sich dann allerdings und hustete. Schnell entzog Draco ihr den Sauger, wusste aber sonst nicht, was er machen sollte. Schließlich konnte er dem Kind ja nicht einfach kräftig auf den Rücken klopfen, wie er es bei seinen Freunden machte, während diese sich verschluckten. Am Ende würde er etwas brechen. Immerhin war sie so winzig. Ähm, Potter. Noch bevor er die Flasche auf den Tisch gestellt hatte, wurde ihm Catherine schon aus den Armen genommen und Beuch links auf die Knie gelegt. Klopfe leicht auf den Rücken. Draco tat ihm wie geheißen und kurz darauf hörte die Kleine auf zu husten, dafür fing sie aber wieder an mit weinen und sabberte dabei haarscharf an seiner Hose vorbei auf den Boden. Unbeholfen nahm Draco so hoch. Denk an ihren Kopf, erinnerte Potter ihn. Währenddessen sofort. Draco brummte nur. Daran hatte er schon gedacht. Aber Potter meinte es wahrscheinlich nur gut mit seinem Schützling. Leicht streichelte Draco über Catherines Rücken und sprach beruhigend auf sie ein. Das hatte letztes Mal auch geholfen. Nach einigen Minuten nahm das Weinen ab und Draco legte sich Catherine wieder in seinen Arm zurück, um sie weiter zu füttern. Einige Augenblicke später meldete sich wieder das kleine elektrische Gerät. Sofort stellte Potter es aus und ging an ihm vorbei zum ersten Kinderbett. Ich kümmere mich um Nathaniel. Wenn Catherin mit dem Trinken fertig ist, nehmen sie wieder hoch und klopfe leicht auf den Rücken, damit sie ein Bäuerchen machen kann. Bäuerchen? Mit einem Bauern konnte es ja schwerlich etwas zu tun haben. Draco hatte keine Ahnung, was das war, aber das konnte er Potter später fragen. Kurz beobachtete er Potter, der routiniert das andere Kind aus dem Bettchen hob und sich auf den zweiten Stuhl am Tisch setzte, um es zu füttern. Vielleicht konnte er sich noch etwas abschauen. Doch dann forderte Catherine wieder seine Aufmerksamkeit. Sie wurde unruhig, hörte auf zu saugen, wandte den Kopf wieder weg und fing ihm wieder an zu weinen. Sie hat nicht leer getrunken. Ist das schlimm? Potter sah zu ihm und deutet auf ein Pergament, das auf dem Tisch lag. Nein, ist das nicht. Trag die Millimeter, die sie getrunken hat, einfach in das Blatt ein, damit du die Schwestern nachschauen können und wir einen Überblick über ihr Essverhalten haben. Nimm sie jetzt hoch. Vielleicht muss sie ausstoßen und weint deswegen. Unsicher nahm Draco Craven wieder hoch, legte ihren Kopf an seine Schulter. Leicht streichelte er über den Rücken und versuchte sie dadurch zu beruhigen. Doch Catherine wurde einfach nicht ruhiger. Vielleicht hatte das was mit den erwähnten Bäuerchen zu tun, von dem er noch immer nicht wusste, was damit gemeint war. Was ist denn los, hm? fragte er leise an das Kindgewand. Vielleicht halb es ein wenig, wenn er mit dir sprechen würde, so wie es geholfen hatte, als er sich verschluckt hatte. Als Potter ausstand, wanderte Dracos Blick kurz zu ihm. Halt sie einfach. Ich wickel, Nathalie, und dann zeige ich dir, was als nächstes kommt. Draco nickte, um zu zeigen, dass er Potter verstanden hatte. Wenn er nur wüsste, was er tun könnte, um die Kleine zu beruhigen. Das musste er Potter später noch fragen. Schrien Babys immer so viel? Hatten sie nicht weniger gebrüllt, als Potter mit ihr rumgelaufen war, als er das erste Mal hier gewesen war? Das konnte er einmal ausprobieren. Vorsichtig stand er auf, während er weiterhin leise auf Catherine einsprach. Mit kurzen Schritten lief Draco im Zimmer auf und ab. Er schien tatsächlich etwas zu helfen. Vielleicht wurde sie von dem Gewackel auch einfach seekrank und stellte deswegen das Weinen ein. Eine Minute später stieß die Kleine auf und ein Schwall Milch ergoss sich über Dracos Hemd. Na klasse. Am liebsten hätte er das Gesabere auf Potters Rücken geschmiert. Hätte Potter ihn nicht vorwarnen können. Wahrscheinlich fand dieser es auch noch zum Schreien komisch. Potter, du... Sie hat ein Bäuerchen gemacht. Sehr gut. Und er brach Potter ihn und wirkte ihn zu sich. Dass sie dabei ein wenig Milch ausspuckt, kann dir noch öfters passieren. Leg dir das nächste Mal Handtuch über die Schulter. Ein wenig Milch. Mein Hemd ist versaut. Erwiderte Draco angefressen und vermied es, so oft zu dem Fleck auf sein Oberteil zu blicken. Der Geruch ließ ihn in seinen Magen schon leise murren. Wenn er ihn ansah, könnte es sein, dass er bürgen musste und den Gefallen wollte er Potter wahrlich nicht tun. Hab dich nicht so. Du kannst doch zaubern, oder? Komm mit dir her, damit ich dir zeigen kann, wie sie gewickelt wird. Weitere Kommentare verkniffte Draco sich und gab Catherine an Potter weiter. Dann zog er seinen Zauberstab und reinigte sein Hemd. So fühlte er sich gleich wohler, auch wenn er es sofort umziehen würde, sobald er zu Hause war. Hier sind die Windeln und die Feuchttücher. Vorsichtig reinigte Potter Katharines Gesicht mit einem der Tücher, wobei sie leise greinte und den Kopf wegdrehte, zog er den Strampler aus und wickelte sie, während er ihm alles erklärte. Gekonnt atmete Draco durch den Mund und sah an dem bräunlichen Inhalt der Windel vorbei. Mittlerweile rauchte Draco der Kopf wegen der ganzen Informationen, die auf ihn einprasselten. Das konnte er sich doch nie merken. Von wegen rechts und links und putzen und hochheben und aufrichten und zukleben. Zum Glück war Potter auch in Zukunft dabei, wenn er sich um Katharine kümmerte. Da konnte er fragen, wenn er etwas nicht mehr wusste. Am liebsten würde er jetzt nach Hause gehen, doch er wusste nicht, ob Potter noch etwas geplant hatte und so wartete er erst einmal ab, während Potter die deckige Windel mit besagten Inhalt wegwarf. Als Harry durch die Tür der drei Besen trat, kam ihm ein enorme Geräusch die Kröße entgegen. Wie meist war das Wirtshaus gut besucht und fast alle Tische besetzt. Die verräucherte Luft trieb ihm Tränen in die Augen und er musste seine Brille abnehmen, die sich die Tränen wegwischen und seine beschlagenen Brillengläser an seinem Hemd Saumputzen. Hinter der Theke stand Madame Rosmerta. Obwohl sie schon in die Jahre gekommen war, sah sie immer noch sehr gut aus, zumindest so weit Harry das beurteilen konnte. Da er auf Männerstand, wusste er nicht, inwiefern sein Geschmack davon betroffen war, was das Aussehen der Frauen betraf. Zielstrebig ging er zu ihr und ordnete ein kaltes Butterbier. Das war der Vorteil an diesem Getränk. Im Sommer löschte es erfrischend den Durst und im Winter wärmte es von innen, wenn man es heiß serviert bekam. Dankend und mit dem passenden Betrag plus Trinkgeld nahm er den Krug entgegen und sah sich suchen nach Ron um. Da der Krug randvoll gefüllt war, trank Harry vom Butterbier ab, damit er nichts davon verschüttete, bevor er sich auf den Weg zu einem langjährigen Freund machte, den er an seinem Zweiertischen der Ecke der Gastwirtschaft entdeckt hatte. Hey Ron, na, was gibt's so Wichtiges, dass wir uns heute unbedingt treffen mussten? Begrüßte Harry seinen besten Freund, während er sich ihm gegenüber setzte. Neuigkeiten, Harry, Neuigkeiten! Ron grinste ihm breit an. Ich werde Vater, Harry. Kannst du dir das vorstellen? Hermine ist schwanger! platzte er sogleich heraus. Kurz war Harry sprachlos. Natürlich hatte er damit gerechnet, dass die beiden versuchen würden, Kinder zu bekommen, doch irgendwie kam diese Nachricht trotzdem total unerwartet. Das ist ja toll, Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch! Harry freute sich für die beiden. Er wusste gar nicht mehr, seit wann genau ihm klar geworden war, dass aus den zwei ein Paar werden würde, aber im Laufe ihrer Schulzeit hatte es sich immer mehr herauskristallisiert, dass Ron Hermine so gar nicht als die Art von Freundin sah, wie Harry es tat. Da er wusste, dass Ron eine große Familie wollte, freute es ihn umso mehr. Wann ist es soweit? Ende Januar. Ich kann es kaum erwarten, bis unser Kleines im Arm halten kann. Rons Augen nahmen einen verräterischen Glanz an. Kann ich gut nachvollziehen. Ich kümmere mich auch um die Babys im Waisenhaus und es ist toll, ihre Entwicklung zu sehen. Wisst ihr schon, was es wird? Harry nahm sich sein kaltes Bier und trank einen Schluck. Ein wenig Neid empfand er schon, denn ihm war bewusst, dass er niemals eine Frau heiraten würde, um mit ihr ein Kind zu bekommen. Trotzdem gönnte er es seinem besten Freund natürlich von Herzen. Nein, noch nicht. Ich hoffe ja auf einen Jungen, aber Hermine will unbedingt ein Mädchen. Hauptsache gesund, oder? Wie geht es, Hermine? Morgens ist dir übel. Mama hat mir erklärt, dass das oft so ist und ihr bei jeder Schwangerschaft morgens schlecht war, erklärte Ron, bevor er seinen Krug lehrte und Madame Rosmerte zu sich winkte, die auch gleich zu ihm an den Tisch kam. Herr, willst du auch gleich noch eins? warnte er sich an ihn und bestellte nach einem Kopfschütteln. Immerhin hatte Harry noch nicht leer getrunken ein Butterbier. Und was sagt Wally dazu? Sie freut sich doch bestimmt total. Mom ist begeistert. Sie hat ja immer befürchtet, dass Hermine zuerst im Job erfolgreich sein will. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus, sag ich immer. Grinsen sah Ron ihn an. Und obwohl es ihr drittes Enkelchen sein wird, ist sie aufgeregt wie beim ersten. Ständig gibt sie Hermine gute Ratschläge. Ron senkte die Stimme. Hermine ist ganz schön genervt. Dann zwinkert er Harry gutgelaunt zu. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn er an seine Besuche im Fuchsbau zurückdachte. Rolly hat ihn immer wieder bemuttert. Sie war einfach die geborene Mama. Allerdings hat er das sehr genossen, da die Dursals nie auch nur ein gutes Wort für ihn übrig gehabt hatten. Während Ron mit glänzenden Augen ausführlich von Hermines Schwangerschaft erzählte, trank Harry sein Bier leer und hörte aufmerksam zu. Es fühlte sich richtig gut an, dass seine Freunde so glücklich waren. Ihr Gespräch wurde kurz von Madame Rosmerta unterbrochen, die er der Bestellung brachte und die mittlerweile leere Krüge abräumte. Ron zahlte, Harry ordnete noch ein Bier und Ron genoss den ersten Schluck. Wie geht es eigentlich Jenny? erkundigte Harry sich. Ist ihr Bruch gut verheilt? Ja, Jenny ist wieder fit, sie nimmt schon seit zwei Wochen wieder im Training den Teil. Gut, das hätte echt schlimm enden können, als sie vom Besen abgerutscht ist. Zum Glück hat der Trainer schnell reagiert. Stimmt, aber dafür hat sie seitdem sie wieder trainiert echt Stress mit Dean. Haben die zwei immer noch keine Einigung gefunden? Da fragst du mich was. Kurz legte Ron die Stirn in Falten und schien darüber nachzudenken, was er zuletzt von seiner Schwester gehört hatte. Ich weiß nur, dass Dean sich ständig beklagt, dass sie oft mit ihrem Quidditch-Team unterwegs ist, aber wie die letzten Jahre wird das wohl akzeptieren, solange Jenny Erfolg in ihrem Job hat, denke ich zumindest. Das denke ich aber auch, wobei es eine Beziehung gewiss ganz schön belastet, wenn einer ständig unterwegs ist und der andere daheim sitzt. Also ich wollte das nicht. Du bist aber auch mit deinem Job verheiratet. Wie soll ich das denn jetzt verstehen? Nichts für ungut, aber du hockst doch von morgens bis abends im St. Anna. Da kannst du keinen Typen kennenlernen. Fehlt dir das eigentlich nicht? Nachdenklich sah Ron ihn an. Brauchst du niemanden, an den du dich mal anlehnen kannst? Kurz zuckte Harrys Augenbrauen, denn Ron meinte sicher Sex, aber das sprach er nicht an. Sicher wäre es schön, wenn er einen Partner hätte, doch wer würde es schon verstehen, dass er so viel Zeit im Waisenhaus verbrachte? Bei wem konnte er sich sicher sein, dass er wirklich als Harry gewollt werden würde und nicht nur als der Held? Eine Trophäe, mit welcher sein Partner angeben konnte, wollte er nicht sein. Obwohl schon so viele Jahre vergangen waren, sahen die meisten in ihm noch immer den Bezwinger Voldemors. Das war einer der Gründe, warum er sich nach der Schule aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Sicher würde er sich nur sein können, wenn er seinen Muggel als Partner nehmen würde, doch das hatte er schon versucht. Es war nicht gut gegangen. Die ersten paar Wochen waren schön gewesen, doch schnell hatte Ryan, sein damaliger Muggelfreund, sich beschwert, dass er ihn so selten zu Besicht käme. Zudem hatte er die Telefonnummer seiner Arbeitsstelle für eventuelle Notfälle gewollt. Doch als Harry damit nicht dienen gekonnt hatte, hatte Ryan ihm vorgeworfen, dass er lügen würde. Für einen Muggel war es einfach nicht denkbar, dass es an seinem Arbeitsplatz weit und breit kein Telefon geben sollte. Schnell war der Verdacht von Untreue im Raum gestanden und deswegen hatte Harry die Beziehung damals schnell beendet. Seitdem hatte Harry es nicht wieder versucht, weder mit einem Muggel noch mit einem Zauberer. manchmal zuckerlos, wenn seine Bedürfnisse nach Intimität zu groß wurden und suchte sich jemanden für eine Nacht. Aber auch das war schon ziemlich lange her gewesen. Nur mit deinen Gedanken. Harry schreckte auf. Richtig. War ja auch noch hier. Was meintest du gerade? Ich fragte, wo du mit deinen Gedanken bist. Bei deiner Frage, ob ich niemanden brauche, antwortete Harry wahrheitsgemäß. Aber weißt du, lieber bin ich allein, als mir nochmal ständig Vorwürfe anhören zu müssen. Ach, der Typ war ein Depp. Hm, stimmt. Da musste Harry Ron voll und ganz recht geben. Mit Ryan hatte er zum Glück schon lange abgeschlossen. Vielleicht sollte er am Wochenende wieder mal in einen Club gehen. Bestimmt würde es ihm gut tun, mal wieder jemandem näher zu kommen. Automatisch wanderten seine Gedanken zu Kevin und ihrem Vater. Warum musste er jetzt an Malfoy denken? An die Kleine okay, aber an Malfoy? Gut, der hing an den Mädchen wie ein lästiger Breifleck. Diesen Gedanken nicht weiter verfolgen wollen, zwang Harry, sich wieder auf Ron zu konzentrieren, der soeben sein Bier austrank. Ein Blick auf seine Armbanduhr reichte. Ja, er trug eine Muggelarmbanduhr, weil er es einfach praktisch war, als stand er erst eine Taschenrohr hervorzuholen, wenn er wissen wollte, wie spät es war, um zu erkennen, dass sie den Abend beenden sollten. Schließlich musste er morgen wieder früh raus, und Ron ebenso. Zudem musste dieser sich um seine Frau kümmern, die ganz bestimmt nicht begeistert davon war, dass sie wenigstens morgens an Haus und Toilette gefesselt war. Gehen wir, oder? Fragte Harry nach Rons Zustimmung. Standen beide auf und verließen das Wirtshaus. Obwohl es dunkel war, herrschte noch immer Betrieb auf Horksmeed Straßen, was aber angesichts der lauen Temperaturen kein Wunder war. Komm gut heim, war schön, dich mal wieder zu sehen, verabschiedete sich Ron. Finde ich auch, grüß Hermine lieb von mir und sag ihr einen herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich wirklich sehr für euch beide. Mit diesem letzten Satz apparierte Harry nach Hause.